Grüß dich! Abteilung zu einem Rechtsrechtabend im Arbeitsschirmbuch aus. Habt ihr die Uhr im Buch oder in Zürich? Ich bin ja lieber in die Schule! Nee! Kannst du auch mal machen? Trotzdem weißt du nicht, bei halb sechs. KXM durch die ganze Bahn wechseln, dabei Leichtraden. HK aussitzen. FXH durch die ganze Bahn wechseln, dabei Dritte verlängern. H im Arbeitstempo. HM, Abteilungsschritt, Mittelschritt. HM, Abteilungsschritt, Mittelschritt, Mittelschritt. Machen. KH, Abteilung, Arbeitsplatz, Trab. CX auf der Zeckel gerissen, ein halbmal herum. XC, XC, Abteilung im Arbeitsternbucher Lop, Marsch, ein halbmal herum. XC, Abteilung im Arbeitsternbuchrad aus den Zeckel Westen. XC, Abteilung im Arbeitsternbucher Lop, Marsch, ein halbmal herum. XC, Abteilung im Arbeitsternbucher Lop, Marsch, ein halbmal herum. E, X, B, durch den Mittelzekel wechseln, B, ganze Bahn. Anfang rechts drehen, links marschiert auf, sie marschiert, Anfang, fein, grüßen, im Mittelschritt am langen Zügel die Wand verlassen, vielen Dank. Vielen Dank.